Ich begrüße euch mal wieder zu einem kleinen Pilzvideo von mir und wir legen auch direkt los mit einem wunderschönen jungen, tollen Steinpilz. Daneben ein weiterer toller Steinpilz, steht dem anderen in nichts nach. Auch hier noch ein Steinpilz, das ist doch schon mal ein wirklich toller Videostart. Und der nächste Steinpilz, der schon ein klein bisschen älter und noch ein toller junger Steinpilz. Der ist wirklich extrem jung, erkennt man den schönen weißen Röhren, toller Hut, super Exemplar. Und schon wieder einer, heute kann man sich absolut nicht beklagen. Munter weiter noch immer im selben Gebiet. Ein ganz junger, wohl erst ein paar Tage aus der Erde. Na, da sie einen an, die Fichtenreizker sind auch schon zahlreich vertreten, ist aber hier aktuell die einzige Stelle, deswegen lasse ich sie alle stehen. Zugegebenermaßen sind sie auch schon ein bisschen älter. Dem Aussehen auch werden das hier Parasolpilze. Da zeigt sich ein kleiner Kreis, der ungefähr so seine Bahn zieht. Nämlich von hier rüber schwenkend, kommt hier einer. Da spitzt einer durch. Wir springen über diesen Baumstamm. Und sehen zwei kleine. Hier und dort einer. Noch einer. Und noch einer. Lasse ich aber allesamt stehen, sind mir noch zu klein und momentan habe ich schon sehr viele andere Pilze. Momentan quillt der Wald quasi über. Wahnsinnig viele tolle Exemplare heute. Und schon wieder einer. Wahnsinnig jung. Der ist ganz frisch gewachsen. Also so tolle Steinpilze. Und hier vorne geht es weiter. Unter diesem Ast kämpft sich einer hervor. Und ein weiterer hier unten. Das ist jetzt allmählich die letzte Stelle. Dann gehe ich nach Hause. Denn ich habe schon so viel gesammelt, dass es wieder reichen muss für heute. Unsere Ausbeute kann sich mehr als sehen lassen. Und dann bedanke ich mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Und dann gehen wir das. Und dann geht es weiter. Vielen Dank.